Moin zusammen, ich habe mir überlegt, wir machen mal wieder einen kleinen Rundumblick, wie es denn um die Stromversorgung in Deutschland aussieht. Das hat sich ja mittlerweile hier ganz gut etabliert im Kanal. Da habe ich auch unendlich Content, habe ich das Gefühl, denn es wird immer wieder häufiger, dass die Stromausfälle stattfinden. Und, so wie ich das wahrnehme, sind sie auch länger. So zum Beispiel nämlich hier, Grüße an den André geht raus, der hat mir auch ein paar Artikel geschickt, hier von Mittelhessen, großflächiger Stromausfall in Wetzlar. Und jetzt haltet euch fest, hier 3500 Haushalte waren für anderthalb Stunden ohne Strom. Auch Ampeln und Märkte waren betroffen. Ja klar, wer hat noch nicht, wer will noch mal, wenn dann alle. Am nächsten haben wir dann hier bei der WAZ, ganz interessant, plötzlich langer Stromausfall für 5000 Oberhausener Familien. Na klar, warum denn nicht? Na, muss ja jeder mal dran kommen, Stromausfall zu haben. Ich habe das ja auch vor, naja, war Anfang des Jahres, wenn ich es richtig im Kopf habe, Ende letzten Jahres oder Anfang diesen Jahres, da waren Stromausfall von über 24 Stunden im alten Kreis, wo ich gewohnt habe, bei Bekannten von mir. Unvorstellbar, über 24 Stunden. Die sind im Winter hingegangen, haben die Sachen aus dem Kühlschrank genommen und haben sie nach draußen gestellt, weil der natürlich 24 Stunden nicht komplett kühl bleibt. Du gehst ja auch mal irgendwo an, holst dir mal kurz einen Snack raus oder ähnliches, umzuleben. Und dann musst du natürlich andere Möglichkeiten machen. Kannst vom Glück sagen, dass das zur Winterzeit war. Unfassbar, was in diesem Land hier passiert. Und nochmal, ich sage es immer wieder bei diesem Thema, ich habe das Gefühl, ich bekomme das deutlich häufiger oder es kommt häufiger vor. Mir wird es vielleicht häufiger auch ein bisschen zugespielt. Klar, das mag natürlich auch sein, aber ich habe da vor drei, vier, fünf Jahren nichts davon mitbekommen in diesem Ausmaß. Und das hängt meiner Meinung nach natürlich ganz klar damit zusammen, dass wir unter anderem jetzt hier drei AKWs im Ende letzten Jahres abgeschaltet haben. Und wie soll das denn Ende diesen Jahres hier werden? Davor graut es mir. Da ist ja auch noch bei Infranken.de Stromausfall im Kreis Bamberg, tausende Haushalte betroffen. Oder wenn wir dann hier auch noch natürlich nochmal reingucken, bei Google News Suche geht das ja einfach mal Stromausfall eingeben. Gestern Stromausfall in Hagen, Stromausfall in Teilen der Stadt, hier nochmal ein Artikel dazu. Stromausfall in Halsstadt und Dörfleins, wo auch immer das ist. Störung am Montag, Batteriepanne, was auch immer da los war. Zweiter Stromausfall im Dresdner Residenzschloss, ja Prostmahlzeit, sehr gut. Stromausfall, da sorgt der 40, 40 Jahre und man hat Coot. Okay, das betrifft uns jetzt hier in Deutschland erstmal nicht. Aber ihr seht das, zahlreiche Positionen, wo hier vor zwei Stunden Kurzschloss Stromausfall in Teilen der Stadt. Leute, es nimmt kein Ende mehr. Es wird immer, immer mehr, alles klein, regional. Nicht, dass jetzt ganz Köln, ganz Berlin irgendwie mal mit Stromausfall ist, obwohl Berlin war doch vor zwei, drei Jahren auch zumindest einige Bezirke, als Treptow, Köpenick unten, wo ich mal gewohnt habe, auch massiv ausgefallen. Es wird immer häufiger. Man muss sich meiner Meinung nach ganz klar darauf vorbereiten. Dementsprechend abonniert den Kanal, wenn ihr neu seid. Bis zum nächsten und ciao.